Mist. Jetzt kommt er schon. Er kommt schon. Schnell, 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 schnell. Ja, wir haben es geschafft. Alter Schwede, das war gut. Okay, das war einfach jetzt auf Schnelligkeit getrimmt. Na, mal gucken. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Amüsiertablette, Alien Isolation und eurem Rockbork. Ähm, wir sind immer noch hier beschäftigt, ähm, ungestört und ganz leise. Um nicht erwischt zu werden, ähm, durch diesen Fahrstuhl, durch diese Fahrstuhltür zu kommen. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Ich kann hier auch überhaupt nicht speichern. Das Problem ist, wie wir hier sehen, geht diese Kamera eigentlich relativ fix wieder zurück. Ohne, dass wir eigentlich da lang können. Aber versuchen wir es einfach nochmal. Mist. Jetzt kommt er schon. Er kommt schon. Schnell, 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 schnell. Ja, haha, wir haben es geschafft. Alter Schwede, das war gut. Okay, das war einfach jetzt auf Schnelligkeit getrimmt. Na, mal gucken. Speichern wir jetzt erstmal gleich. So, wir müssen jetzt irgendwie die Torrents kontaktieren. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Wie wir das machen sollen. Externe Kommunikation auf Anordnung von Apollo deaktiviert. Anlage offline. Alle ausgehenden Nachrichten gestimmt. Na, so gut. Interne Kommunikation auf begrenzten Kanälen möglich. Es muss noch jemand in der Station sein, den ich kontaktieren kann. Finden sie ein anderes Kommunikationsterminal. Na, super. Tja. Klasse Idee, wa? Also, Pech. Oh, was haben wir denn hier schon, ne? Klettern wir doch mal rein. So, mal gucken, wo wir hier sind. Das ist da, wo wir gespeichert haben. So, dann speichern wir die mal nochmal. Mann, das ist so aufregend. Oh Gott, wie ich dieses Spiel hasse und liebe. Es ist unglaublich. Ich bin ja so froh, dass wir von diesem A hier nicht erwischt wurden. Gott. Bis jetzt läuft das ja ganz gut, aber wir müssen gucken, dass wir irgendwo dieses Terminal finden. Dass wir die Torrents rufen können. Ah, da läuft schon wieder einer rum. Ich weiß gar nicht, ob der uns jetzt sehen darf oder nicht. Wir müssen also auch sagen, dass wir uns jetzt nicht mehr abhängen. Aber wir müssen nicht mehr abhängen. Es geht nicht mehr abhängen. Es geht nicht mehr abhängen. Musik 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 Geschwindlicher Qualität. Kann man sogar unter den Tisch sich unter den Tisch verstecken. Ich muss jetzt wissen, wo der ist. Sie können in die Androiden. Ihr müsst erkennen. Toll, sind hier so nur zwei Leute, die hier rumrasen. Guten Morgen, gemeinsam. Ach, der tut mir ja gar nichts. Oh, doch. Oh nein, oh nein, oh nein. Verdammt. Okay. Tja. Hat uns der Typ doch erschlagen. Also wir dürfen uns doch nicht von ihm erwischen lassen. Ja, ganz große Klasse. Tja, finden sie ein anderes. Echt nicht einfach, Kinder. Echt nicht einfach. Scheibenkleister. So, da oben waren wir jetzt schon. Wir müssen ja irgendwie versuchen jetzt hier nahe zu kommen. Vielleicht muss ich die auch einfach um die Ecke bringen. Von hinten überraschen und dann knack. Kann ja sein. Wollen Sie mir ein bisschen Astropos Sicherheitsvorschriften erfahren? Nein, 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 nein. Bitte kommen Sie mit ihm. Was machen Sie hier? Verdammt. Oh Gott, der ist so stark. Okay. Jetzt verfolgt er mich auch noch. Gott. Nein, 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 ah, verdammt. Ah, Gott. Scheibenkleister. Gut. Und, tja, und ich hatte Angst vor Melien. Jetzt macht mich dieser Typ da fertig. Vielleicht müssen wir uns ja auch da einfach nur vorbeischleichen. Dass die uns nicht sehen. Dass das Terminal dann um vor rechts ist. Ja, das kann ja durchaus sein. Jetzt kommt er wieder hoch. So, das sieht gut aus. Da ist schon wieder einer. Hallo, ist da jemand? Wenn mich jemand hören kann, wir brauchen Hilfe. Ich wiederhole, wir brauchen dringend Hilfe. Bitte, mach auf. Hallo, ist da jemand? Wenn mich jemand hören kann, wir brauchen Hilfe. Ich wiederhole, wir brauchen dringend Hilfe. Bitte, mach auf. So, jetzt haben wir uns erst mal versteckt. Hallo, ist da jemand? Wenn mich jemand hören kann, wir brauchen Hilfe. Ich wiederhole, wir brauchen dringend Hilfe. Bitte, mach auf. Das hört sich ja schon mal nach so einem Kommunikationsteil an. Das ist die Frage, wo der Typ hin ist. Hallo, ist da jemand? Wenn mich jemand hören kann, wir brauchen Hilfe. Ich wiederhole, wir brauchen dringend. Oh, komm mal, wo ist denn dieses Teil, ey? Reaktivieren Sie Samuels Kommunikation. Ich habe absolut keinen Plan, was Sie wollen. Ach, nee. Okay, da müssen wir irgendwo hin. Da kommt einer schnell weg. Was ist jetzt? Nein, 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 nein. Gott. Himmel. Gott. Fix und fertig macht mich dieses Spiel. Ich wechseln, wirst du, wo ich hin muss? Ah, jetzt haben wir die Karte aufgedeckt. Alles klar. Oh, da ist ja ein Kommunikationsterminal. Interne Kommunikation. Warte mal, wie kommen wir denn da hin? Ach so, nee, das ist nur diese Neuverkabelung. Das ist nur das. Bum. Wapp, 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 wapp. So. So, müssen wir mal gucken. Alarmsystem aktiv. Ah. Sind wir doch mal Schwein? Zack. Kamera, Türzugriff machen wir mal an, Kamera machen wir auch aus, so, läuft, Beleuchtung können wir anlassen, Türzugriff, perfekt, Türzugriff haben wir jetzt, genau, so und Kamera haben wir dann ab, soviel zu den Kameras, da habt ihr es, so, wo laufen wir jetzt am besten entlang, jetzt müssen wir wieder zurück, genau, da müssen wir links rum, hoffen, dass der Kinder ist, richtig, aber das ist eine Wand, da kommen wir nicht hin, hier bin ich falsch gelaufen, wir sind hier wieder raus, richtig, jetzt verläuft man sich hier auch noch, das ist eine ganz große Klasse, so, genau, genau, da müssen wir hin, Ah, was ist das denn, richten sie Ventile nach links, nach rechts aus, was für Ventile? Richten sie Ventile mit nach links und rechts aus, bestätigen sie die Eingabe? Keine Ahnung davon. Ah, was habe ich jetzt gemacht? Gesperrt. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll. Oh, stopp, 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 stopp. Hä? Keine Ahnung. Notfallüberbrückung. Gott, was ist das denn? Drücken sie die passenden Tasten, Bewego. Wenn der Schaltkreis aktiv ist. Wenn der Schaltkreis aktiv ist. Hä? Ja, Papa ist halt nie so schnell. Ach, endlich. Sie haben uns Sorgen gemacht, wir haben es geschafft. Wo sind sie? Wir sind jetzt bei einer Transitstation, direkt bei der Krankenstation. Okay. Samuels, passen Sie auf. Es ist hier nicht sicher. Siegson hat ja alles abgeriegelt. Ihre verdammten Androiden töten Menschen. Nicht möglich, das widerspricht ihrer primären Programmierung. Ich habe es gesehen, Samuels. Siegson hat wohl andere Vorstellungen von Syntheten. Und hier ist noch etwas anderes. Eine Kreatur, sie ist groß und tödlich. Ripley, jetzt mal langsam. Eine, eine Kreatur? Eine Lebensform unbekannten Typs. Eine Art Alien-Organismus. Äußerst gefährlich. Sie und Taylor müssen sich... Ripley, Taylor ist verletzt. Sie wurde während der Überfahrt von Trümmern getroffen. Wie schlimm? Ich kann sie nicht bewegen. Ich brauche medizinische Versorgung. Wir müssen die Verletzung behandeln. Und die Torrance? Das Funkgerät ist hin. Ich erreiche Valet nicht. Wir sind auf uns gestellt. Scheiße. Ah ja, klar. Okay. Ich komme zu Ihnen. Ich schicke Ihnen eine Transitkunde. Transitkunde. Klasse. Na toll. Flüchten Sie zurück? Na geil. Scheiße. Ja. Oh, scheiße, 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 scheiße. Oh, oh, da kommen sie schon, da kommen sie schon, da kommen sie schon. Schnell verstecken. Da kommen sie auch schon. Nein. Nein, 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 nein. Verdammt, verdammt. Scheiße, 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 scheiße Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, nein, nein, nein Oh Hass Purer Hass Tja, Leute Ich würde sagen, ich habe heute kein Glück Ich probiere es nächste Mal nochmal Also, bis dann Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid Wenn es heißt Amisur-Tablette mit Alien Isolation und einem Rockbock Bis dann, ciao, ciao